Hey, hollo Leute! Willkommen zu einem nächsten Mal von Let's Play Pokémon 2. Wir fangen uns erstmal in die Pokémon Liga. Zuerst muss ich kurz was angucken. Und meine Elixiere sind noch da. Und eine Pokémon nehme ich jetzt mal in Schafklaue. Guck mal! 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 Es ist soweit. Ich stehe vor der Pokémon Liga. Guck mal! Guck mal! Sitzzeichen guckt euch diesen geilen kleinen Kreis für mich gern glauben und zuerst sag ich Astor Sitz Sitz mit einem Lothar K Astor Sitz 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 Wolle D Lasst ihr hier? die einzige Chance mach was aus seinem Leben sogar noch ein Volk einfach mal ein ich weiß nicht die Verstand verloren ich sie sehen und er wird doch ein großer Block ich kann nicht geschehen wenn ich nicht beendet und die Westerfälle ein leichter Verstöpfung ja ich glaube dass es ihr könnt ich glaube dass wir es sehen nicht Prozent zu den Landen und sieben die Welt Schuss K 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 schon gut ab nicht so schwer wie ich wie eigentlich er macht es doch es gibt sich in den Schiff ich darf schon eigentlich selbst in der Fakten einsetzen das war mein Zellachter waren und plötzlich nicht effektiv ihr wisst ja ich habe nicht alle Proben Karten auf der Welt und ich habe auch nicht den besten Pokédex der Welt oder so. Ich kenne nicht alle Pokémon. Also, versteht mich. Okay, Astor ist schon mal besiegt. Der erste Jahr Top 4. Ein schöner Kampf. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Part.